Am Samstag, 29. Juli ist es wieder soweit italienische Nacht. Wir feiern zusammen mit unseren italienischen Freunden. Es gibt wahnsinnig viele in Traunstein, die italienische Wurzeln haben. Das freut uns wahnsinnig, dass ihr da seid und dass wir eine wunderbare italienische Nacht feiern. Und der Hans-Peter Weiß sagt uns jetzt, was wir alles im Programm haben. Die Vespa-Fahrer treffen sich bitte ab 14.30 Uhr am Stadtplatz. Ab 15.00 Uhr ist dann die Ausfahrt Richtung Chiming, beginnend mit einer Fahrzeugweihe am Jachelturm. Rückankunft ist circa 16.30 Uhr und ab 17.00 Uhr geht dann das große Fest am Stadtplatz los mit Pizzico di Sole. Und ab circa 20.00 Uhr dann spielt Michele Barretta. E noi come gruppo italiano invitiamo naturalmente tutti i tedeschi e gli italiani presenti nella zona a festeggiare questa fantastica serata che prenderà atto alle 4.30 Uhr del pomeriggio con una Vespa-Treffe e quindi con musica e cibo italiano per tutti. Invito tutti i ragazzi a partecipare alla serata italiana qua a Traunstein. Niente, buona serata.